Hallo! Ja, schönen guten Tag! Schön, dass Sie auf unserer Website sind. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich für das Studium digitales Produktmanagement interessieren. Der Studiengang ist so in Deutschland einzigartig. Wir haben einen hohen Praxisbezug, eine Verknüpfung von Informatik und wirtschaftswissenschaftlichen Aspekten. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann haben Sie jetzt noch ein paar Rückfragen, wie eigentlich die Lehre zukünftig stattfinden sollen. Also das heißt, Sie haben sicherlich den Anspruch, dass Sie gesund aus den Hörsälen und aus den Seminarräumen herauskommen und natürlich trotzdem einen hohen Lernerfolg haben. Und genau diese Aspekte wollen wir stark miteinander verknüpfen. Das heißt, als Studienanfänger hier an der Hochschule Nordhausen und insbesondere auch im digitalen Produktmanagement werden wir für Sie die Vorteile von Online-Lehre und auch Präsenzlehre kombinieren. Das heißt, wir werden Sie natürlich hier vor Ort auch begrüßen und freuen uns dann gemeinsam mit Ihnen das Studium so zu gestalten, dass Sie die Flexibilität der Online-Lehre nutzen können, aber eben auch die Vorteile, die Sie im kontinuierlichen und persönlichen Austausch mit den Dozenten und Dozentinnen haben. Denn das ist das, was unsere Hochschule seit Beginn auszeichnet, dass Sie eigentlich einen direkten Kontakt haben zu den Dozenten und dass wir Ihnen bei Ihrer persönlichen Entwicklung sehr stark weiterhelfen. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin einen schönen Sommer, genießen Sie das tolle Wetter und bis bald. Tschüss!